Laternen. Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können. Boah, schon mit Leuten quatschen, ne? Und denen Sachen andrehen? Doch, ich finde schon. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Oh, das ist aber sehr bewegend. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungs-Essay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. Das ist schlecht. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Will er die 14 Gelegenheiten jetzt aufzählen? Die erste Wahrfuhrsfahrend. Tatsache. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Also wurde der Dorftrottel umgebracht. Ey, wie redest du über meinen Bruder? Also man muss auch sagen, es wurde auch überall groß mit Flyern angekündigt, dass da eine Sprengung stattfinden wird, ne? Dass wir da jetzt voll reingelaufen sind. Kritisch. Bei der fünften Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder im Herz. Schon kritisch. Die, also. Er war die A-Typ. Die haben es schon herausgefordert, dass die sterben, ne? Er war ein weltklasse Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten. Aber er verließ sie als Freund. Okay. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Aber hey, jetzt haben wir eine ganze Wohnung für uns alleine. Ich möchte kurz darauf hinweisen. Er hat das Seil durchgeschnitten, ne? Er hat das Seil durchgeschnitten. Es ist nicht... Hey, Dorku. Das war meine Schuld. Es ist nicht diese komische Firma schuld. Er hat das Seil durchgeschnitten. Was irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst? Ach. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Nicht ganz. Keine Ahnung. Vielleicht hat er gelogen. Wollte Mac uns alle umbringen, nur weil ich ihn verprügelt hab? Was, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Junge, als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich, warum? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Er hätte doch auch gar nicht gewusst, was der will, ne? Für Flach nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort. Spox sind dead. Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeuer. Oh, das ist der Vater? Ich sag dir bloß, Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab. Hm. Jetzt werden alle wütend. Jetzt wird's aber hitzig hier. Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Lülülülülü... Lülülülü... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Doch, schon ein bisschen. Schon ein kleines bisschen. Da hat schon recht, ne? Ja. Ja, ja. Technisch gesehen hat er schon recht, ne? Nee, ich war es. Nein, ich war es. Na, sie sieht jetzt nicht so aus, als würde sie so krass atmen, ne? Oh, nee, nicht du auch noch. Bitte lass mich. Du warst so frech. Ja. Alles okay? Wird schon. Wird schon. Nicht wirklich. Habe ich nicht wird schon gedrückt? Das wird schon. Sie hyperventiliert. Ja, aber macht sich das nicht auch ein bisschen im Gesicht bemerkbar? Weil sie hat so richtig so... Aber das Gesicht war so absolut ruhig, ne? Macht sich das nicht im Gesicht bemerkbar? Und wieso laden wir die jetzt zu uns nach Hause ein? Sie war richtig unhöflich. Und die ziehen sich alle nicht die Schuhe aus, wenn die nach Hause kommen, ne? Boah, ich kann nicht. Ich kann nicht. Du spielst Gitarre? Früher. Ja. Ähm. Schon. Damals. Cool. Cool. Diese Kette mit dem Drachen, die ist irgendwie cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vorm Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemauelt. Das war lustig. Hm. 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 Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das muss bestimmt auch so cool sein, ne? Wofür ist das nochmal die Abkürzung? Live-Action-Rollplay? Ich glaub, das war's, ne? War schon mal wer bei so einem Event? Das ist bestimmt richtig nice. Das hier ist vom letzten Jahr. Da wär ich voll dabei. Ich glaub, ich bin ein bisschen zu schüchtern für sowas, aber ich hätt schon Bock. Nicht dein Ernst. Das glaub ich nicht. Und wer ist dann halt die Verkäuferin mit der Scam-Ware? Da seh ich mich. Die ich alle über den Tisch ziehe. Oder so Glücksspiel, ne? Vielleicht würd ich, äh, Dinge zum Verkauf anbieten und noch ein bisschen Glücksspiel nehmen mal. Lab macht richtig Bock. Oh, hast du sowas schon mal mitgemacht, ja? Versuch mal. Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Dann fühl mal. Wie fühlen wir die denn? Ach, da. So. Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Ja, dann guck mal den Fußballtisch an. Ich mache das seit ca. 10 Jahren und von Corona habe ich leider den Anschluss an meine Gruppe verloren. Oh, geht's denn, äh, Corona, äh, wurde doch gesagt, das gibt's nicht mehr. Fängt das nicht langsam wieder an? Kann man da nicht wieder einsteigen? Oh, das ist nicht der Tisch. Hätte ich jetzt gedacht. Wir haben Musik. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Megakrass. Scheiß blauer Meteorit. Total overpowered. Ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Oh nein, da war so eine ganz kleine Fliege auf dem Bildschirm. Ich habe sie nicht getötet. Ich habe voll daneben gegriffen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Steph? Sorry. Das ist mir voll peinlich. Ich brauche nur etwas Zeit. Alles klar. Okay. Kann ich dir einen Tee bringen? Das wäre so das Beste, was du anbieten kannst. Ich muss auf. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, habe ich es dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an. Ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Ich denke, ich weiß jetzt genug, um mir zu helfen. Helfen. Größten Lars in Deutschland sind das Conquest of irgendwas. Das Drachenfest. Oder das Epic Empires. Okay. Ja, das ist bestimmt witzig. Hätte ich ja auch Bock drauf, tatsächlich. Aber nur das Verkleiden, nicht das mit Fremden sprechen. Ich weiß nicht, du willst es, Doki. Ich weiß nicht, du willst es, Doki. Ich weiß nicht, du willst es, Doki. Hey, Doki. Schön, dass du da bist. Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Na, Life is Strange, hast du das gespielt? Ist das nicht so voll so ein Ding für dich? Ablenkung. Wäre mir, glaube ich, zum Selbstspielen zu langweilig. Also dann bis fünf? Ja, verstehe ich gar nicht. ASDF. Yeah, gewonnen. Hilfe. Gewonnen. Was spielst du? Wie lange hast du mit ihnen spielst? Gewonnen. Zu lange. Die spielte ja auch scheiße. Kein Wunder, dass mein Bruder gewonnen hätte. Hat. Guck mal, die kann ja nichts. Die ist ja ein Loser. Bist du ein schlechter Verlierer. Sie ist voll am Trauern und jetzt mobben wir sie auch noch. Genau richtig so. Die andere spielt gar nicht mit. Sie möchte dich nur rumkriegen. Ich finde die eh doof. Gar keine Chance. Die Menge liebt mich. Oh, du ein schlechter Verlierer, ey. Wow. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Gut. Yay. Ich weiß nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt. Die spielt immer noch Kacke. Nein. Ja. Aber oh mein Gott, wir haben einen Punkt abgegeben. Wir spielen ja wirklich Kacke. Oh shit. Das dürfen wir uns nicht gepeilen lassen. Yeah. Gewonnen. Nein, man hat es ja eingekriegt. Das ist dann so dieser, der Punkt für, dass sie sich nicht so ultra blamiert, ne? Dein Ernst jetzt? Dein Ernst jetzt? Nee. Na dann abgemacht. Oh man. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall blinken lassen. Absolut. Gewonnen. Okay, jetzt wird's aber wirklich anstrengend. Jetzt drück doch mal vernünftig hier. Hallo. Oh, scheiße. Yes. Verlierer sagen was? Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Nein, 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 nein. Mist. Du holst auf. Warum? Warum wird der NPC denn immer besser? Schande. Komm, ein Punkt noch. Oh mein Gott. Gewonnen. 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 So sehen sie gar aus. War schon ganz gut von mir. Ich bin echt froh, dass du mich überredet hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Gern. Voll unrealistisch. Normalerweise dreht man die Figuren doch voll auf. Damit die Kugel aber auch garantiert getroffen wird. Ich habe so dieses so richtig so krass einmal so schnacken lassen, ne? Der hat keine Chance gegen uns. Verrückt, dass du genau wusstest, was mich aufmuntern würde. Naja, dazu gehören immer zwei. Und ich habe es noch mehr gebraucht. Was denn? Was ist jetzt schon wieder im Hintergrund? Ach, immer noch das Foto. Und die Flasche. Und was machst du jetzt? Gar nichts. Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Ich muss mehr erfahren. Oh, sind wir jetzt Detektiv? Ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ja, Leute, ich kann nicht mehr gut sitzen, ne? Ich weiß, ich muss herausfinden. Deswegen bin ich hier so am rumhambeln. Für mich selbst und für Gabe. Aber wir wissen doch genau, was passiert ist. Wir waren doch da. Egal, was kommt. Wir waren doch da. Danke. Der Ryan hat das Seil durchgeschnitten. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Ja, geh besser. Wir hatten jetzt genug Kontakt. Es reicht. Bis dann. Jo, tschüss. Ciao. Aber witzig, dass die hier so Minigames einbauen, ne? Schon mit dem Automaten. Jetzt das mit dem Kicker. Süß. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Das ist unsere Aufgabe. Gehen nach unten. Okay. Okay, wir gehen. Frau Nerdy, Hallöchen. Na, schönes Wochenende gehabt? Ist der Schläger noch hier unten? Ist der Schläger noch hier unten? So ein ganz kleines bisschen, ne? So ein ganz kleines bisschen. Wall of Shame. Was ist das? Aufheben. Erstmal aufräumen. Aber ja, ich kann nicht klagen. Mir geht's hervorragend. Außer, dass ich irgendwie unruhig werde. Das Spiel dauert zu lange. Verkleiden finde ich ja cool. Aber keine Lust auf Betrugelung, Karnevalsmucke. Oh, stimmt. Die Musik ist auch noch so schlimm. Ja. Als ich gesagt habe, warum ich Karneval doof finde, hatte ich nur Grund 1. Aber Grund 2, du hast so recht. Du hast so recht. Ich weiß es zu schätzen. Es war ziemlich hart. Auch wenn es wohl kaum eine gute Version einer Trauerfeier geben kann. Ey, da war schon ein bisschen Action, ne? Nein, es gibt keine gute Version. Wir versuchen nur, es so gut wie möglich zu überstehen. Das höre ich gerne. Boah, ja, diese... Ich nenne sie jetzt Spaßmusik. Ist so unspaßig. Ja, Katastrophe. Wie gefällt das Spiel bisher? Sag Bescheid. Ich habe nicht so viel Geduld. Die reden so langsam. Die bewegen sich so langsam. Man könnte das Spiel auch... ...auf die Hälfte der Zeit verkürzen. Ich bin mir sicher. Und das wäre immer noch genauso viel Content. Das ist ein guter Rat. Du wirst vielleicht nicht die Antwort finden, die du suchst, wenn es denn eine gibt. Also, setz nicht all deine Hoffnung auf McLeod. Passiert bei Dark Souls nicht? Lord. Wir spielen aber nicht 60 Stunden Dark Souls. Das ist dir klar, oder? Aber wenn du Zeit hast, bevor du einen auf Dirty Harry wirst... Well, Hallöchen. Die Fütter spielt super schön. Die ist so... Und eins noch. Den wollte ich dir die letzten Tage schon... Hier passiert... Ich habe halt den Eindruck, dass... Es passiert sehr wenig, was ich beeinflusse, ne? Das war in den anderen Life is Strange Teilen auch schon. Mir ist das ein bisschen zu wenig. Das ist jetzt dein Zuhause. Solange du möchtest... Am Ende kommt, gibst du ihm die Hand oder umarmst du ihn? Aber ist ja egal, der stirbt doch eh. Was ist mit Miete? Ich will kein Schmarotzer sein. Mach dir darum keine Sorgen. Wenn es irgendwann soweit ist, finden wir dafür schon eine Lösung. Bei Dark Souls ist der Puls konstant über 180. Er bei mir sowieso, ne? Bei mir sowieso. Tja, Ryan, du bist der Mörder. Easy. Oh, von so vielen Leuten Nachrichten. Jet hat uns geschrieben, aber wir haben gerade mit ihm gesprochen. Lass mich bitte wissen, falls es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann. Du kannst mir was kochen. Tut mir so leid. Ich habe Gabe geliebt. Ich kann mir kaum vorstellen, was du durchmachst. Ja, 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 ja. Ducky? Ducky? Blablabla, blablabla. Charlotte, es tut mir so leid. Es ist mehr Storytelling als Interaktion. Als Film mit bisschen Interaktion wäre es gut bezeichnet. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Nein, also... Es ist ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Nein. Nein. Nein, nein. Ich kann das nur nie so gut... Ich kann das nie besonders gut zeigen. Untersuche den Blumenladen. Besuche die Apotheke. Warte mal. Mac hat seinen Kommentar gelöscht. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Natürlich müssen die das alle öffentlich teilen. Ey, wie ätzend. Ist halt kein Harry. Ja, das ist... Das ist wohl wahr. Da hast du recht. Das ist kein Hogwarts. Aber hier so... Storytelling Games. Detroit Become Human. Das war geil. Ne? Also, wenn man sich auf diesen Spielstil beschränkt. Das war geil. Aber... Das hier ist okay. Das hat ein gutes Setting. Ja, und da hatte ich das Gefühl, dass das, was ich mache, auch eine Auswirkung hat auf den Spielverlauf, ne? Okay. Jed meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke... Psst. Kannst du in der Apotheke vorbeischauen? Ach, ich muss mir die Nachrichten gar nicht angucken. Vorbeizusehen, falls ich will. Falls ich will. Aber guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Oh. Oh, wow. Das ist genau mein Ding, ne? Sowas lieb ich, ja. Hm. Hm, 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 hm. Fast wie bei mir zu Hause. Boah, das hätte ich alles. Ich hätte sowas so gerne vor der Tür, ne? Das wäre so schön. Wo Apotheke? Was mir hier nur fehlen würde, ist, wenn man sich nachts Essen bestellen möchte, ne? So ein Schwachsinn! Weil das ist schon wichtig. Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ja, wo ist es? Ach, da. Jed sagt, Charlotte will mit mir reden. Mal, wollen wir nächste Woche was unternehmen? Rein da! Oh, sorry. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester. Wollte ich gerade schreiben, da ist es um 21 oder 22 Uhr Ende im Gelände. Ja. Dabei kriege ich halt meistens nachts richtig Hunger, ne? Kurze Frage zu The Past Within. Es hat als Tech-Horror... Nein. Also es war zwischendurch minimal unangenehm, aber auf gar keinen Fall Horror. Das ist doch dieses Koop-Game, ne? Ne, ne, nicht gruselig. Nein, nein. Nein, nein. Oh, Yoga. Gratis-Yoga zum Ausprobieren. Charlotte? Alex! Hey! Das hat er so mit Sato gespielt. Ja, dann... Ne, war nicht gruselig. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Es ist frei. Ganze spielen. Ich bin okay. Mir geht's gut. Als ob wir jetzt voll die Bindung zu unserem Bruder hätten, den wir acht Jahre nicht gesehen haben. Manchmal ist das alles, was man tun kann. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche mich für Eason zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ist bei ihm alles okay? Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Okay, jetzt haben wir wieder ganz viel Story. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Wollen wir auch mal dem kleinen Jungen sagen, dass der Gabe auch wegen des Jungs gestorben ist, weil der einfach da hingegangen ist? Wollen wir mal ganz ehrlich sein? Bleib stark. Bleib stark. Ihr könnt die schweren Zeiten überstehen. Gemeinsam. Genau. Lächter gesagt als getan. Ja. Echt wahr. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gapes Tod umzugehen... ...Gabe wäre. Hm. Was ist das? Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Oh, doch. Ich würde sowas von klagen. Für eine Abfindungszahlung. Jens, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Und gute Nacht nachher. Mach's gut. Wie viel? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber was würdest du tun? Würde ich Geld damit verraten? Ey, ganz ehrlich, der ist doch schon tot, ne? Andererseits wäre es schon gut, wenn jemand dafür leiden muss, ne? Hm. Oh, schwierig. Schwierig. Oh, annehmen oder nicht annehmen? Oh. Andererseits, der ist halt schon tot, ne? Reicht ja, wenn wir den Schuldigen finden und den dann verprügeln, ne? Weil wir sind doch hier Prügelfrau. Komm, nimm das Geld. Du musst vor allem an Ethan denken. Wenn das Geld hilft, solltest du es annehmen. Geld ist immer gut. Danke, Alex. Das bedeutet mir viel. Diese Einverständniserklärung wirkt echt dubios. Aber Ethans Zukunft ist wichtiger. Genau. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Sie hat Angst vor uns zufällig. Ja, okay. Sie meint, es sei kein Verrat. Mir wird dabei trotzdem schlecht. Total. Aber Gabe hätte es verstanden. Ja. Wenn das alles ist... Was ist denn das für eine Apotheke überhaupt? Hat sie nicht Apotheke gesagt? Ja. Wo ist eigentlich der Schutzgelderpresser-Simulator oder der Enkeltrick-Simulator? Hast du mal danach gegoogelt? Das gibt es doch bestimmt. Man muss nur vernünftig danach gucken. Wo ist der Blumenladen? Wo ist denn der Plattenladen? Das ist Ice Cream. Das ist doch viel interessanter. Oh, guckt mal. Ein Kunstgeschäft. Das ist so, dass ich im Plattenladen vorbeischau, wenn ich Zeit habe. Das ist zu. Okay. Sie hat Angst. Warum? Was los mit dir? Werden wir nie erfahren. Dann gehen wir mal kurz in den Plattenladen. Was will sie von uns? Keine Ahnung. Steff wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Hallo? Ruft doch einfach mal. Hallo? Typ im Hoodie. Oh, du armes Ding. Ding Dong. Was willst du denn von mir? Bitte? Nee. Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Warte mal, Ethan war jetzt der kleine Junge, ne? Sollen wir ihn jetzt belustigen? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thaynor. Meinst du, wir kriegen das Geld? Das wird nichts Megakrasses. Aber trotzdem cool. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Mhm. Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Der sieht schon krass aus. Der nicht. Lord der Untoten finde ich gut. Gravius. Gravius sieht echt krass aus. Nimm ihn. Der Lord ist bestimmt ein krasser Gegner. Ich hab alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Klar. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war ein Phone-Tap mit ihrer neuen Single. Okay. Den Comic. Gucken wir uns an. Die kämpfen. Wow. Ach da. Das Notizbuch. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Fill in your character. Ja, dann fill in. Ah, nee. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Eine Bardin. Alexandra. Die Ästhetik der Einfachheiten. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Ich bin kein Healer. Nö, nö. Nö, nö. Sieh ich aus wie ein Healer. Ich nehme das Verzerrungsfeld. Wie habe ich Thenor kennengelernt? Eine lustige Geschichte. Weil wir mögen lustige Geschichten. Wir mögen keine ernsten Sachen. Ein Wolf und ein Ogre in eine Bar. Oh Mann. Dieses Labding könnte wirklich funktionieren. Dann können wir jetzt gehen. Sie muss ja eh arbeiten. Wir sollten die auch nicht stören. Das ist ja voll blöd. Stellt euch mal vor. Ihr arbeitet und jemand kommt die ganze Zeit und nervt euch. Das geht nicht. Ich würde mich aufregen. Dinge legen. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ja, 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 ja. Die Nachricht lese ich aber ein bisschen zu spät, ne? Wo, wo, Blumenladen? Wo, Blumen? Blumen. Das klassische Sinnbild des Neuanfangs. Ich dachte, ich kann die pflücken. Er hat auch Angst. Na, so ein Mist. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ach ja. Der ist ja echt ganz hübsch. Nee, Blumenladen ist ja nicht hinter. Ach, ist das schön. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ja, 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 ja. Bücher. Mining Museum. Tut mir echt leid. Blauers. Da. Endlich. Ja, komm. Veranda. Das hat aber komisch geflackert bei mir jetzt. Ja. Hey. Ich bin da. Anna? Oh. Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Klasse. Ich. Ähm. Ja, was soll man sagen, ne? Wir sind schon okay. Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Wir sind aber eigentlich heiß darauf, den Mörder zu finden. Beziehungsweise, wir wollen noch ein bisschen mehr herausfinden, ob der Mac wirklich böse ist oder nicht, ne? Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Warum hat sie Angst? Warum hat sie Angst? Sie wird völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Wird sie bedroht? Hallo? Was ist da los? Droht der Mac dir? Doch, du kannst sie so zurücklassen. Aber sie hat nein gesagt. Wo ist denn jetzt das Problem? Ich sollte herausfinden, wovor sie abhängt. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Oh, sie ist ein bisschen krank. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Das ist natürlich bitter, wenn das Gedächtnis nachlässt, ne? Also so noch mehr als bei mir schon. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerettet wird. Ist natürlich blöd, dass die Kranke sich... Aber ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie von dem Typen bedroht wird, ne? Dass hier so ein bisschen Action reinkommt. Was haben wir hier noch? Peter ist noch nett ausgedrückt. Sich ganz viele Zettelchen schreiben, ist auch nicht doof, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt wird es wieder ein bisschen abgespaced, ne? Sato! Sato! Bist du schon durch mit Harry? Sato! Sato! Ja, Mensch, wie können wir ihr denn helfen? Ich weiß es nicht. Bin ich Arzt? Denke nicht. Ich glaube nicht, dass ich eine ärztliche Ausbildung genossen habe. Sonst würde das hier alles ein bisschen anders aussehen. Genug für heute. Mein Magen wollte mich futtern. Ja, meiner sagt auch schon... Äh, Sen! Äh, Sen! Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht... Äh, äh, äh. Riley fragen? Weiß es Riley? Wir könnten sie fragen. Oh nein, nein, nein. Ich kann Riley nicht fragen. Doch, kannst du. Ich will sie damit nicht nerven. Mach mal besser. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Lass dir doch helfen. Jetzt sind wir schon da. Aber sie will anscheinend nicht. Dann können wir auch gehen. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht heulen. Da war Lilian irgendwie falsch geschrieben, ne? Okay. Das ist schlecht. Schlechter Start. Was ist denn hier noch? Das Schild. Crazy. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Ah, da ist ja noch was da. Irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Dann gucken wir uns mal die Post an. Vielleicht haben die Lilien sie abgelenkt. Sind diese Blumen von heute? Nein. Keine Ahnung. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Ja, Entschuldigung. Ich gehe nirgendwo hin. Müssen wir jetzt wieder bei dem Schild anfangen. Was könnte sie abgelenkt haben? Das war die Nummer eins. Dann wollte sie zur Post. Hat sie hier hingelegt. Und dann, oh, eine Kasse. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das hätte ich gestern Abend gemacht. Ja, aber wenn du ein bisschen verwirrt bist. Vielleicht hast du es nicht gestern Abend gemacht. Viel mehr ist hier nicht. Das Telefon. Oh, das kann immer passieren, ne? Oh. Ja, dann wird es aber schwierig. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Die Zugangsdaten am PC. Flower Lady. Wer wohl angerufen hat? Ja, weiß ich nicht. Die Musik ist jetzt aber auch richtig spooky, ne? Als ob jeden Moment irgendwas ganz Schlimmes passieren würde. Die Lilien. Bitte geh doch noch mehr ins kleinste Detail. Ich glaube, man muss... Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Ich glaube, man muss... Doki. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Rechnung oder so? Schreibt ihr Rechnungen? Oder Bestellaufträge? Die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Bestimmt. Mr. Jedediah Lucan, hm? Mhm. Äh. 90 Dollar für ein Strauß Lilien? Die Lilien sind wohl für Jed? 90 Dollar? Das ist heftig. Ja genau. Was war denn das für krasse Lilien? Die sind aus Gold, hab dich nicht so. Joho. Jed plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigung. Hm. Sie kann sich nicht erinnern. Das sagen wir Eltern jetzt aber auch nicht. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Schmerz ersparen, so. Hat sie doch morgen eh wieder vergessen. Sie kennen doch Jed. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Ich unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Oh ja. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Wo ist Meg? Das ist die Person, die wir eigentlich die ganze Zeit suchen. Die ganze Zeit. Wo ist der hin? Wo? Sitzt er jetzt hier einfach auf einer Bank? Telefon. Oh, eine Mietekatze. Wo ist denn die Brücke? Da. Eleanor. Es war mir eine Freude. Freut mich, dass ich helfen konnte. Mhm. Und Steph. Ich denke, dass es Ethan gefallen wird. Der Hühnerstall geleistet? Meg? Meg, wo bist du? Hier sind ein... Ach, da ist er ja. Was sagen die Feelings? Angst. Hey, du. Konnte sich sogar fünf Sekunden später noch an dich erinnern. Ein Glück. Ja, und vor allem, dass sie dann auch direkt geschrieben hat, ne? Lass uns jetzt bitte nicht. Noch gar nicht richtig aus dem Laden raus und dann zack. Es tut mir leid, dass er tot ist. Und ich weiß es zu schätzen, dass du... Dass du mich bei Riley nicht verraten hast, aber... Ich kann nicht mit dir reden. Oh oh, warum nicht? Etwa weil du schuldig bist? Ich verstehe, warum du Angst hast. Ich verstehe es. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Meg, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ja, wirklich. Er war unser Bruder. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Wir wollen ihn jetzt erpressen? Ist das so? Man kann etwas finden, das ihn so richtig provoziert. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Ryan. Es ist sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Ach, ich kann ihn ja jetzt einfach so wieder ansprechen, ne? Ja, 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 ja. Wir sind hier fertig. Okay. Telefon. Können wir nicht Riley jetzt anrufen? Können wir nicht. Wo finden wir Riley? Wo finden wir Riley? Ach, guck mal. Ist das eine Anspielung auf den ersten Teil mit den Schmetterlingen? Okay, hier sind doch noch gelbe. Na gut. Soll er die in der Apotheke, ne? Ne, das war Charlotte in der Apotheke. Mein Gedächtnis, ne? Hier, hier geht es auch direkt los. Mein Gedächtnis. Wo, Riley? Die hat, die hat doch auch im Blumenladen gearbeitet, die Riley. Komm, wir drehen direkt wieder um. Da, Charlotte. Die Riley hat doch auch im Blumenladen gearbeitet. Mit ihrer Mutti zusammen. Ja, ja, komm, raus da. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Das schaffen wir. Wo ist, wo ist die denn, die Gute? Wo, Riley? Sie hat sich endlich besser gefühlt. Das wollte ich ihr nicht vermiesen. Hier ist die nicht. Da müssen wir wieder gehen. So ein Mist. Ich meine, wir hätten die Mutter jetzt auch fragen können, wo sie hin ist, ne? Theoretisch. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ich verstehe es einfach nicht. Essen die Leute kein Eis. Das Sightseeing muss erstmal warten. Ich muss jetzt zu Meck. Kommen wir über die Runden? Und das war's. Wir kommen über die Runden? Wo ist Riley? Da können wir nicht einbrechen. Mist. Aber er wollte nicht mehr mit uns reden. Ja, guck. Ich komm nicht drauf klar, wie hübsch das ist, ne? Es sieht so gut aus. Sprint, Sprint. Mädchen auf Bank. Frau, die einfach an mir vorbeigeht. Wanderin. Anderer Typ. ist jetzt die gelegenheit ist riley hier und sammelt blumen vogel beobachterin ich habe ihn ganz sicher gehört das war verzeihung willst du was von mir können wir das hier wegräumen das ist aber eklig ich mache den bart noch nicht allzu lang aber ich bin ziemlich sicher dass die in der war sein sollten jetzt ist leider nicht der richtige moment um den rest von helden zu erkunden ja ist ja gut in der bar die ich mir bei gelegenheit anschauen ist riley in der bar riley ist verloren gegangen sie ist einfach verloren gegangen riley bist du hier bitte auch nicht auch nicht sie wird ja jetzt nicht bei mir zu hause sein oder bitte ruf die doch mal an bitte riley wo bist du bitte wir haben verloren ne ich will nichts sagen aber ich glaube wir haben das spiel verloren ich muss irgendetwas finden dass ihn so richtig provoziert ja ich würde ja gerne ne bist du riley bist du es ne kann doch nicht sein das spiel veräppelt uns doch jetzt an dieser stelle oder nicht sie hier am fahrrad an der gelegenheit anschauen nach will die minengesellschaft sogar ausbauen mehr jobs bedeutet mehr kunden für sie im laden war die auch nicht das ist doch seine schwester das arme ding ja halb so wild das ist mir vielleicht nervt langsam entschuldigung leute jetzt kommt hier eine richtige avokado ne wo ist riley wo ist sie weiß dass irgendjemand wo die ist ich finde die nicht dann reden wir jetzt noch mal mit der alten aber als ob sie das weiß hallo wo ist dein kind sie hat sich endlich besser gefühlt das wollte ich ihr nicht vermiesen kannst du mir helfen ich hoffe du findest mac danke mac interessiert doch keinen mehr haben wir irgendwas in dem spiel kaputt gemacht kann das ein cooler zwerg ich muss irgendetwas finden dass ihn so richtig provoziert aber wo ist die frau können wir hier in den eisladen rein nein flugblatt angucken nein das hier hat zu und mal in den plattenladen rein das ist doch der armer die die frau ist einfach weg steff steff interessiert uns nicht gleich geht es hier weiter mit brandneuen indie rock songs für euch steff hast du riley gesehen das frühlingsfest steht vor der tür gesponsert von der teifen minengesellschaft der eintritt ist dieses jahr gratis also bringt eure freunde und familie mit nur steff den oder die ex dieses jahr ist alles möglich und da geht nicht hier ist doch irgendwas falsch oder hier ist doch irgendwas voll falsch wir gehen noch mal die straße entlang wir versuchen es noch mal wir finden aber gar nichts hier steht noch jemand oh das ist aber hübsch kumpel kumpeline kumpel ist böse kumpeline hat angst entschuldigung können wir hier irgendwas tun ok das interessiert uns nicht naja ok ich google das jetzt gleich ich kann nicht mehr hier gibt es nichts wir sind doch alles 20 mal abgelaufen den park sollte ich mir bei gelegenheit anschauen nein wir waren schon im park spazieren du bist nicht riley können wir auch hier rein wir haben sie wenn er unschuldig ist warum verhält er sich dann nur so wie verhält er sich vielleicht weiß riley etwas dass ich gegen mac einsetzen kann wir haben sie was eine schwere geburt wir haben riley gefunden riley warum warst du nicht im laden der streit zwischen mac und gabe geht es halt als ob das jetzt so ein riesen achievement wäre aber danke danke nachdem mac das erste mal vor ihnen ausgerastet ist man muss auch mal die kleinen erfolge feiern ja ja nach all dem denke ich dass sie recht hatten aber war schon heftig sie zu finden ne glaubst du er hätte gabes anruf ignoriert ich meine meinst du er würde so etwas tun ich will das wirklich nicht glauben aber aber vielleicht ich bin noch nicht bereit darüber zu reden das ist unterstrichen wir nehmen das unterstrichene ja verstehe pulverblitzer löchen na nur komisch schönes wochenende gehabt schick ist sie wieder oh danke er etwas verstecken heute im owo owo style er wollte dass ich mit dem durchbrennen warum nach der trauerfeier er hat nicht gesagt warum er sah so schuldig aus oje mini ich habe gesagt ich müsste nachdenken aber ich ich habe angst dass er was schlimmes getan hat riley danke dass du es mir anvertraut hast du verdienst die wahrheit mhm klar haufen gezockt alles gut das klingt nach einem fantastischen wochenende muss los ich muss los ja jetzt jetzt bin ich tatsächlich glücklich okay ich habe endlich etwas geschafft lass uns mal die letzten 15-20 minuten diese frau hier gesucht haben ja das versteckt die sich auch so in so einer Gasse hier das mac abhauen will finde ich ziemlich verdächtig ich wette das könnte ich nutzen um ihnen Angst zu machen oha lost als ob es hier unendlich viel zu entdecken gäbe aber ich habe sie dennoch nicht gefunden wir haben alles erledigt alles wirklich ja oh nein nicht okay beschuldige ihn aber falls ich noch etwas zu erledigen habe sollte ich das besser jetzt machen ne wir haben alles gemacht absolut alles bereit du hallumke dann mal los riley hat mir von deinen plänen die stadt zu verlassen erzählt pulverblitz hast du ja schon mal gespielt life is strange ich es ist nicht ich habe wirklich nichts getan lass mich in ruhe verdammt halt bleib stehen du verbrecher ey der ist sowas von schuldig nicht so meins glaube ich zum selber spielen kann ich verstehen gar nicht verstehen also wärt ihr nicht würden wir das auch nicht machen wäre kein chat da die hat einen knall und sie hat ihn entkommen lassen darauf müssen wir auch einmal hinweisen der ist einfach abgehauen wo ist er können wir weiter steuern jetzt können wir nicht mhm sie steht jetzt einfach nur rum in erfahrung bringen rüber aber interessiert mich warum der typ eine panikattacke hat ich habe das Gefühl alle würden ihn anstarren ja wenn er schuldig ist oh hat er das doch nicht getan hey riley ok nein ist das jetzt echt hat er sich gerade umgebracht verdammt ich habe doch gesagt dass wir es ablassen müssen er hat es kommuniziert ich bin nicht auf der trauerfeier angesehen haben die denken ich habe ihn sterben lassen ok er ist nicht schuld ich weiß warum du lützt hey romi komm ich ja genau im richtigen moment wieder ja ist das jetzt hier ultra spannend und halt nicht den kopf hin er hat anscheinend nichts getan sie haben scheiße gebaut nicht du hör auf für sie zu lügen genau ja guck mal dann hat er doch alles richtig gemacht warum ich habe die hundert prozent krass romi herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch jetzt und jetzt genießt du wieder dein leben in freiheit und ich wir waren keine besten freunde aber ich wollte nicht dass er stirbt vorbildlich romi krass meine freundin denkt ich ich sei ein mörder als nächstes kommen die hundert bei steam ich dachte du spielst nicht nochmal was der teufel soll ich denn jetzt tun ich könnte ihn beruhigen aber hat er das wirklich verdient nö der ist gewalttätig wir sind für weg gehen nö nö wir beruhigen hier niemanden nö nö das ist nicht unsere aufgabe aber du hättest etwas unternehmen können du hättest auf der trauerfeier etwas sagen können oder der polizei erzählen können was passiert ist genau genau so ich hatte keine wahl man hat immer eine wahl mhm ich hoffe dieses gefühl erdrückt dich in drei häuser brauchst du so auf 40 ist immer noch genug ne 40 prozent ist immer noch viel für ingame 100 reicht ein haus ja ja bringt der sich gleich um nur weil wir ihn nicht beruhigt haben ich werde es nie spielen aber werde das so weiterleiten warum denn nie Lord sagt niemals nie ruhige dich ruhige dich aber die 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 hauptfigur hier hat voll das hübsche gesicht ne ja können wir reden wo bist du wer mit wem reden wir denn jetzt ok dann wirklich vorher die 30 tage wo w for free würde ich dir jetzt 30 tage spielzeit schenken würdest du die mit mir zusammen spielen ja es ist schon eine hübsche ja natürlich nicht so wie ich aber schon sieht schon gut aus ok oh er er hat das seil durchgeschnitten du hattest recht mit ich mach mir putti guten appetit und viel spaß dabei erhielt den anruf woher weißt du das er erhielt den anruf und hat gelogen ist doch egal jemand damit er still bleibt jemand von der mine und er ist ok wir sollten wieder gehen ich komme immer wieder her ich komme immer wieder her und gehe alles durch aber es geht immer auf dieselbe weise gabe stirbt er ist tot ja du hast das seil durchgeschnitten er ist wirklich tot mach dir da mal gedanken drüber andererseits hat er uns auch damit gerettet ne weil wir hätten ja potenziell auch noch darunter stürzen können vielleicht hat das ja gut gemacht ist das ein guter ich bin mir unsicher weil der der hat schon ziemlich schnell reagiert ne der hat schon nicht so gezögert das seil durchzuschneiden es ist meine schuld ich sorge für die sicherheit der leute und ich habe versagt ja ein bisschen du hast mich gerettet das stimmt ryan ich verdanke dir mein leben das ist korrekt weil wir ja unser bruder von so einem stein richtig heftig mitgenommen wurden ich habe sie darüber laufen lassen ich habe geld in gefahr gebracht dann wären wir auch darunter gefallen ne ich bin ein feindling ein absoluter versager tja du musst aufhören dich zu quälen du hast alles getan was du konntest genau ist doch egal irgendwann können wir auch nichts mehr sagen ne wir haben unser bestes getan aber darunter hüpfen muss er jetzt auch nicht es gibt nur eine person die dich dafür verantwortlich macht ryan du musst dir selbst vergeben du bist nicht allein oh jetzt fällt bitte nicht beide darunter das wäre auch kritisch ne ey die sind so nah am abgrund bitte nicht bitte geht da weg da wird mir schlecht wenn ich das sehe aber aber muss auch sagen er ist auch nicht unendlich tief gefallen der der gelb ne das war nicht so weit warte da gibt es einen typen im gorillakostüm springt der auch von der klippe und in den pool oh jetzt ist wieder alles gut nein der jagt einen typen im bananenkostüm und der typ springt von der klippe und in den pool war das ein mexikanisches restaurant nee nur vom namen her das essen ist naja grauenvoll aber gabe liebt den laden er ist der älteste zwölfjährige den ich kenne romancen wir mit dem im spielverlauf kann ich dich was fragen natürlich du bist doch hergekommen um mir zu sagen dass ich recht hatte wegen mac und dem anruf woher wusstest du es nur so nur so es gibt etwas das du über mich wissen solltest und es ist leichter es dir zu zeigen als es zu erklären offenbaren wir uns jetzt einfach jedem dass wir sowas cooles können mit gedanken lesen wird etwas seltsam und dann so richtig vertraust du mir was davon wollen wir ärgerlich okay denk an etwas das dich so wütend macht dass du einfach schreien willst konzentriere dich bis du es fühlst was warum wird der sound jetzt so laut warum haben wir jetzt auf einmal ASMR okay das vergeudete potenzial du bist wütend für mich für ethan für charlotte für jeden dem eine zukunft mit gabe einfach so gestohlen wurde ich wünschte du hättest dort sein können mit niemand anderem hat rumhängen so viel spaß gemacht man das eine mal jetzt freut er sich ja telefon woran auch immer du denkst genau jetzt hör nicht auf okay mach weiter okay welche emotionen ist das wahrscheinlich was schönes werden wir jetzt auch fröhliche emotionen kennen kann das denn sein sind wir nicht voll die depritante kling bisschen irre ne ob ich das irgendwie zusammensetzen kann voll zu gedröhnt irgendwie schon ist das eine ente eine ganz ich sehe sie sie wird sich bewegen sie bewegt sich nicht sie wird sich bewegen macht schon nicht einen ganz normalen eindruck ne was buddeln die denn da gerade tief als das die mountys erkennen ein gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung die mountys ist das dein ernst es tut mir leid es tut mir leid wie lange wolltest du mich buddeln lassen ja du hast dich so schön reichen das ist eine schaufel das sehe ich ja jetzt erst als ich auf obs geguckt habe und es da in klein ist das sehe ich ja jetzt erst als ich auf obs geguckt habe und es da in klein ist hä nein nicht nochmal ne jaufel fülle bitte auf jetzt müssen wir uns das nochmal angucken auf hunderte Meter Entfernung die mountys ist das dein ernst es tut mir leid es tut mir leid wie lange wolltest du mich buddeln lassen na du hast dich so schön reingehängt wieso kann ich das da oben nicht angucken jetzt na endlich und was ist das ich erkenne nichts ne ich erkenne gar nichts ernst eine Kanada Gans zu töten verstößt gegen ach das ist der Blutfleck sei still das ist keine das sind Kanada Gänse Gabe Eigentum der Krone der der Krone von Eigentum der Krone Gabe das machen wir jetzt also habt ihr die Gans beerdigt oder nicht ihr müsst mich jetzt unterstützen ich bin mir nicht ganz sicher ist das ne schöne Erinnerung naja genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel wenn man ne Gans tötet ist das was Gutes ist das was worüber ich mich im Nachhinein freue wie weiß ich nicht die Gans wollte das bestimmt etwas mit der Art wie ich die Emotionen anderer Leute verarbeite ich sehe diese Auren glaube ich und manchmal ist die Emotion eines Menschen so stark und das infiziert mich und ich fühle es dann auch ganz bestimmt wollte sie das mit mir der war so schön schlecht herrlich herrlich die Gans du bist eine Zauberin es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen aber das 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 war pure Freude dank dir kann ich wieder Freude empfinden wow nur du aber es ist ganz wichtig dass wir das betonen ja 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 die Frage ist wie zwingen sie ihn dazu weiß ich noch nicht jemand hat entschieden die Explosion hey Kitsune guten Abend wir machen heute ein bisschen ein bisschen Feelings mit Life is Strange wie war dein Tag? legst du dich mit Typhon an ja wir lieben Gefahr ich kann dir helfen ich kann dir helfen juhu noch einer mehr für Gefahr jetzt hast du mich am Hals mein Lieblingsteil bisher von Life is Strange na komm wir sind doch jetzt Bros Bros darf man umarmen scheiße war Tag aber heute kein Mimimi alles klar klar gern geschehen habe alle gespielt außer die Jungs boah die hatte ich danke ah gut dass er das nicht gespielt hat nein danke dir wuh wir mögen uns yeah oh no was machen wir mit Typhon spiel zu Ende wir mögen uns fertig das hier ist für dich Gabe ich vermisse dich ei 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 deutschen aber sie sie mag ich nicht ne die kann ich nicht ausstehen der erste eindruck unsympathisch des Todes ach so wir haben wieder Musik le 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 Wir machen traurige Musik. Das ist illegal, das darf man nicht. Bitte lass das nicht los und fackel nicht den Wald ab. Hallo. Jetzt lass... Oh, bitte. Die machen das eh. Die lassen die Laternen jetzt steigen. Hast du Life is Strange gespielt? Die ersten Teile, Teil 1 und Teil 2 habe ich gespielt. Dieses eine Before the Storm oder wie das heißt, das nicht. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Sie ist aus Before the Storm. Ah, okay. Man baut es auf. Oh. Wie süß. Ich habe dich lieb, Kate. Ich finde das so sad. Wieso musste er so schnell sterben? Ich muss ganz ehrlich sein. Ich finde das null traurig. Die sind alle selbst schuld. Das hätte sich alles so einfach vermeiden lassen können. Ah, guck mal. Jetzt freuen sich alle. Ja, guten Appetit. Ach so. Ja, das ist ja so gut wie vorbei. Und wir haben hier gerade noch mal eine traurige Schlussszene. Die ist natürlich super traurig. Aber die haben, die freuen sich gerade alle, ne? Die haben alle die Happy Emotionen. Nur sie nicht. Warum sie nicht? Oh oh. Oh oh. Wie sie uns schon den Todesblick rüberwirft. Schließt Kapitel 2 ab. Uh. Kapitel 2. Check. Mac. Lö, 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 lö. Machen wir mal eben kurz traurige Musik. Lö, 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 lö. Okay. Mac musste allein klarkommen. Ja, dem haben wir nicht geholfen. Er hat sich geprügelt mit uns. Elena hat den Tod vergessen. Ja, ja. Charlotte hat die Vereinbarung unterschrieben. Ich würde so gerne wissen, was die anderen gemacht haben, ne? Alexa hat sich nicht beim Doc hingesetzt. Nein, wir hatten zu tun. Wir haben nichts zur Gedenktafel hinzugefügt. Wir haben die Dartscheibe nicht angeguckt. Warum? Warum auch? Wir haben uns irgendeinen Namen ausgesucht. Ich habe mich damals hingesetzt. Hier haben wir die Wahrheit gesagt. Ryan konnte sich selber... Oh, das haben wir aber auch wenige gehabt, ne? Sie haben sich umarmt. Oh, das hatten viele. Alex hat den Titel Kicker Champion beansprucht. Nur 36 Prozent. Nur 36 Prozent. Da kommt tolle Musik und Gedanken. Ja, aber Musik haben wir hier eh nicht, ne? Du merkst, wir sind im Stummfilm. Ich gehöre zu den 36 Kicker-Leuten. Ich auch. Ich auch. Alle 64 Prozent sind Loser. Der Vogelbeobachterin nicht helfen. Ja. Trauriger Typ. Hat uns alles nicht interessiert. Mac-Muster allein klar. Ach so, das hatten wir schon. Alles klar. Leute, wir sind durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.